und jetzt aber dann Nähnter der Hattel der Höchstreich ich kann mich ändern das muss in Firefox gehen das Prozent unternehmen kann alle das war ich habe ja ich habe ich habe so ich habe 47 die erste folie ist schon mal da hier geht die hp anzeige ich habe nein als maul du scheißteil nein der schickeisen alter die was was hättest du den golem nein komm da runter du scheiß das klatschen es gibt voll das geile es ist wie in eines nicht ich kann es nicht ich stehe jetzt weil schon mann da war voll der op drop diese lore hätte ich das geklatscht hätte ich die op ist Rüstung wieder gehabt habt ihr habt das Masters Wort ich bin auf dem Schiff fährt ihr habt das Masters Wort oh die erste ich habe 2 mal offensiv oh geil das hier ist geil Leute Mika steht 2 mal offensiv und oder offensiv 2 mal einmal Strohplatte und einmal hab ich einen Schwamm nein hab ich nicht ja easy oh schärfe 5 schwer äh buch kann ich mal sterben öffne ich halt noch einen Block noch mal noch bring ich mal um wieso ich nein ich war da allerdings ey ich habe jetzt schon 12 rainbow diamonds wo man oh mein gott Leute das ist ja schlechter ich habe 15 Tektor mit Schwert guck mal wo bist du ich bin nicht da nein ich habe einen ähm des Rainbow Sword Aber wenn ich Schärfe 5 drauf mache, ist es schlechter. Hat er den mich nochmal mit? Ich habe 5 Buch. Ich brauche eh noch ein Ersatzschwert, weil die hält nicht lange. Freue ich nicht. Ich bin noch von Gas drauf. Oh, Verbrennung 2 Blume. Oh, ein Rainbow Jam. Ich habe 12 Rainbow Jam. Es leckt. Ja. Oh, Alter. Und ihr Schwert nehme ich. Letzter Lucky Block. Ja, Mika, also ich bin dezent gut geküppt. Beide Kontakten auf welchen Tango ihr seid. Auf PvP, äh, MLG PvP.d. Oh, das nehme ich. Äh. Ah, das sind die Pork Shops. Die bringen mir ja nichts. MLG. was? MLG PvP.d. Gibt es hier noch irgendwo... Ah, da sind Schweine. Ich kann das nicht mehr. Warte. Guck mal. Ich brauche keine Sensor. Verpiss dich, Yoshi. Ich habe nur noch einen Fokus. Hä, wie wird die eigentliche Spiele? MLG. Nimm die die halt. Ich habe noch 30. MLG. Was? MLG.p.de. Ja, das ist die IP. Ja, das ist die IP. Yoshi. So viele wollte ich dir nicht geben. Nein. Oh, meine. Ich baue meine ja die ganze Zeit ab und vergesse die. Nein. Oh, Yoshi, du Depp. Kannst mal kurz gleich ein PS schreiben, der es passieren wird. Yoshi, mach du das. Kannst du nicht auf? 22. Ami, ich habe leider schon 16. Boah, ich brauche die eigentlich auch nicht mehr jetzt. Ich auch nicht. Hast du eine Werkbank? Nee, warte, ich mache. Dafür, dass es mir so schwer liegt. Ich kann nicht lange nicht mehr schreiben, welcher IP. Weil... Ich glaube, es ist weg. Ja. Junge. Da kommt ein 13. Ja, ein 40er. Aber das ist normal mit Stream. Oh, ich habe vier Holz. Ah. Hast du keinen Schwerpunkt, oder? Hä, doch, Junge. Das Rainbow Sword. Hallo, Rario. Ähm. Ähm. Äh, Luke, erinnere mal den Stream in, ähm, Lucky Blocks Stream oder so. Wir spielen gerade ein bisschen so ein Spielmodus. So ein Lucky Blocks Spielmodus auf dem... Lucky Blocks Beispiel. ... auf dem MLG. Kannst du mal kurz die Server-IP in PS schreiben, weil ich weiß nicht, wie die ist. Ich kann es nicht. Welche Server-IP? MLG-PP.de. Er weiß nicht, wie man das schreibt. Oder so. Er weiß nicht, wie wir in der Civil Launch. Äh, weil die uns hochgemucht haben. Alter, Junge, habe ich so krank. Yoshi. Was macht mehr Attack-Damage? Ich habe keine Ahnung. LOL. Ja, okay, das mache ich mir jetzt noch. Backup-Schwert, Schärfe 5-Dier-Schwert. Läuft bei mir. Backup. Dann backe ich mir noch kurz ein bisschen Brot. Aus dem Weizen. Also Kraft. Gibt es doch bestimmt irgendwo... Äh, Leute. Ja? Wollt ihr was Lustiges wissen? Was? Ja. Unser Clash Royale-Account hat genau 777 Trophäen. Was? Unser Clash Royale-Account. Als ob? Ja. Nur so, Luke, wir haben 61 Abonnenten. Hast du es schon gesehen? Mika baut schon. Äh, es ist Luke. Luke? Ja. Hast du kurz die IP in KS2 oder was? Welche IP-SIP? Die MLG-Pipi. Ich kippe das selber nicht drauf. Du hast den Server aber. Nein, ich habe nicht mit meinen links und sich zurückgesetzt. Ah, passiert das bei dir auch oft, das? Ja. Oh, Junge. Alter, dieses Schwert ist so groß. Junge, das ist... Ja, lol. Ich sterbe halt. Ist das lächerlich. Das hier. Das ist so riesig. Ich bin der Andrus hier. Ja, ähm, im T... Ah, nee, der meint unseren TS. Wahrscheinlich, wenn er irgendwas mit TS schreibt. Nein, nein, da hat gerade jemand geschaut. Äh, Rai. Warte. Scheiße. Warte, ganz ruhig. Rai hat geschrieben, wer ist da alles? Auf jeden Fall Mika. Und Yoshi. Mika kann sie nachher kommen, die das mal in der Netzbeide. Jetzt, warte, Mika, Yoshi. Der Andrus ist nicht hier. Hier ist noch, äh, Simon. Also, unadetisch, Kurs. David never dies, Idefix. Und ich, du spiel Kurs. Junge, du fuckst ab mit deinen Flames. Soll ich dir auch mal... Ey, das ist nie... Warum kriegst du keinen Schaden? Warte, warte, schlag mich mal. Ich sterbe gerade fast. Warte, schlag mich mal. Was? Hast du noch... Ich hab drei OP-Appel gekauft. Ich hatte die Superschwein. Oh Gott. Deswegen kriegt er keinen Damage. Ha! Jetzt heißt es nur noch länger überleben. Ich will meine OP-Appel nicht racen. Mika, ich hab noch einen. Äh. Hast du eine Perle? Nein. Bitte. Ich hab ein Fahrzeug. Ha! Scheiße! Ja, bringt nichts. Ich geh mal in die Mitte. Ich glaub, das sind auch die ja Blöcke. Nö. Brrrr. So, letzter Tier. Alice Haupt. Auch Mika, bitte nichts. Warte. Oh Gott. Na, tut gut. Hat ja niemand gesagt. Noch eine Runde. Nein, Mika, lass MLG. Äh, lass MLG. Guck mal, Dings. Äh, guck den Stream, dann siehst du da jetzt die IP jetzt. Was sollen wir spielen? Wo denn? Wo denn? Wo steht die denn? Äh, rechts an der Seite, wenn ich in der Lobby bin. Okay, gut. Ist MLG frei? Ah, PvP. Dann, dann sag mir noch eine Runde. Ja, wir sind in dem Team. Ah, zwei gegen zwei, Mika. Ja, geil. Äh, map, 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 map. Nachbarschaft. Ah ja, Mika, ähm, du gehst, du gehst auf den Diablock. Ich hol die Tränke von dem. Ja, hol du die Tränke. Was ist denn los? Was ist denn los? Die Tränke sind halt stark, die doppelt zu haben, als wir die da einmal. Der eine holt sich auf den Diablock von. Ich hab ihn. Jetzt war schnell so. Hast du die anderen? Mika hat mir eine Anfrage geschickt. Äh, wir sind grad in der Runde. Oh Gott. Ich will was tun, Yoshi. Hä? Wow. Luke, bist du auch da? Luke? Du bist bei mir nicht online. Ich? Jetzt. Na, dann spielen wir einmal schief. So. Hatten euch nicht vor Hut? Hatten euch nicht vor Hut? Hab, hab ich gelern, ich denkst du diesen Ding zu? Ich schien. Hallo, hörte ich mich? Ja. Echt? Ja. Okay, bei mir hat es gerade gepackt. Luke, kommst du auch online, dann kommen wir 2-2? Vielleicht, ich mach gerade noch meinen Clash Royale, kann man nicht verlieren gerade. Ich müsste aber gewinnen. Ja. Du bist dann in einer 7? Ja. Ich glaube, MLG's down. Ja, ich hab... Ja, dann... Ja, dann... Ich muss aber noch... Ich muss aber noch... Ich muss noch... Ich muss noch... ...den zweiten Topol. Ja, dann... Ich muss noch... Ja, dann spielen wir eine Runde Illuminatis, das habe ich noch nie gespielt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? LOL. Die Kids sind geil. Ich hab nur die ersten 3. Ja, ja, die hab ich auch. Aber die hören sich geil an, die stammen von Nebelnig. Die gibt es sogar nicht mehr. Also, Carly Columbo, Sony, Transina... Es gibt ein Illuminati-Kit. Synchron K.O. Shit. Du musst noch einen Turm holen, Luke. Weiß. Fuck. Wie viele in einem Team? Nein, das ist gegeneinander. Ist okay. Oh, ne. Dann bin ich ja mal. Hallo. Wer ist da? Hi, Philipp. LOL. Es gibt sogar Bogen. Was spielt ihr? Ist das schwer? Warum seid ihr denn schon so schweres? Weil unsere CS gerade Waffe nicht arbeiten hat. Lächerlich. Luke. Wollt ihr nicht vorkommen? Warum? Weiß ich doch nicht. Warum? Oh, okay. Scheiße. Mein großer Turm holt auf. Oh, Mann. Welches... Welches Kit habt ihr genommen? Oh. Bob, der Baumeister. Krass. Mika. Unentschieden. Als ob. Kommst du jetzt dann auf den Server? Nein, ich muss noch gewinnen. Ich muss das jetzt schaffen. Nein, spiel ganz ehrlich auf Unentschieden. Oder hol dir einen Turm und Death. Da. Ich bin scheiße zu früh gesetzt. Alter, die Mitte ist ab, fuck mit Ambossen. Hallo. Alles klar. Was wollen die? Was? Was wollen die eigentlich immer bei uns mitziehen? Oh, Junge, nein. Nein! Ich hatte die Koppel, das ist total shortbar, fuck! Nein, Mika, ich bin da und... Glaube ich. Ja, läuft! Ein Turm ist weg, shit, ey. Nein, ich hab dich ändern, bin ich zu kurz geworfen. Ich spiel auf Unentschieden. Nein. Ah, ja. Nimmst du jetzt drei Schuhe, Schuflo. Oh, lol! Joschi, sag dir, wo Idefix ist. Geh mal meinen Weg und dann rechts, daneben die Insel. Was ist? Echt? Ich hab mir kurz gesagt, wo du bist. Ja, danke schön. Ich hab null Ausrüstung. Ja, er war halt mit. Ich hab mich auch mit gebaut, hab aber verkackt gegen ihn zu feiten, weil ich die Schaltshortbar hatte. Leute, wir haben... Ach, wir haben 61 Abonnenten. Ich hab grad 81 gelesen. Ich blindfisch. Nein, 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 nein. Ja? 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 Shit! Ah, je nehm! Oh, hey! Oh, hey! Hedek hat Michael gebraucht, er ist äh... Hä, Michael, wo ist Hedek? Rechts! Hä? Rechts! Hier, da! Ja! Oh! Luke wurde gebannt. Was? Luke wurde von PS gebannt. Really? Warum? Ja, weil er wurde, glaub ich, von Phillip gebannt, weil Luke, weil Phillip auch auf deren PS gebannt ist. Komm weiter hoch. Was war das? Das wurde gebannt von Phillip. Ja, warum? Weil er, glaub ich, auch noch... Hört auf, hochzustacken! Da kommt Yoshi mit seinem Rucksack! Hörner! Luke, kommst du jetzt? Luke ist gebannt. Nicht auf dem Server. Hä? Der war doch grad auf TS! Und dann wurde er wieder gebannt. Ist der in den Scheißernens? Warte! Warte, Mika, noch nicht. Ich will wissen, wo der... Wer hat Liederrechte? Wer hat Liederrechte? Jeder. Max... Max hat keine mehr, oder? Doch, mittlerweile hat jeder. Was? Jeder, der einen höheren Rang hat. Ja, probier mal irgendwen zu kriegen, dass sie ein End war. Äh, er schreibt an der TS. Schreib IP, dann kommen wir drauf. Mein Minecraft schmiert. Geil. Ja, ein kleines Lexgen jetzt. Luke schreibt schnell andere IP einfach. Ich komm drauf. Wer hat Luke gebannt? Ich komm drauf! Jetzt komm drauf! Woah. Geht unsere Luke. Luke jetzt schreib mal. Luke jetzt schreib mal. Ich komm drauf. Ich- Warte mal, lass mal uns rumprobieren, ob der wieder geht. Der probiert. Nee, neu. Sag, er hat meine IP, Luke. Luke, meine Fresse, schreib du mir eine IP, da komme ich. Okay, dann zeig ich dir jetzt noch an der Sky... Skywatch. Ken, sorry. Ihr könnt mal in den Chat schreiben, wie ihr meine Flügel findet. Würde mich interessieren. Und mein Hüt. Ich finde ihn zu dem Skin ganz passend. Okay. Dann gucken wir mal, was sind wir in den Kisten. Hier oben ist, glaube ich, noch eine Kiste. Okay. Ich meine Fresse, nehm ich sehen. Ich mache, aber ich habe eine Drei von Kiste. Und ich mache die Leute, ihr könnt. gen Wissen, ich mache es in den Kisten. 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 Und ich mache es in den Kisten. Dann musst du gerne anschauen. Ich mache es in den Kisten. So, dann sind wir schon in der Mitte des Gegenübers. Schnell. Oh, Schneeballon. Nehme ich. Hä? Ups. Verklippt. Boah, Junge. Kann sie den nicht automatisch ins Impfziehen? Oh, Gott. Hä, lol. Hä, lol. Hat geil in den hier reingeschlagen werden. Dinger Fresh. Dinger Fresh. Dinger Fresh. Dinger Klikkyp, Dinger Klikkyp. Ja, va. Ljol! Luke, jetzt schickt meine IP! Hä? Nein, mein OBS ist wieder... Da ist kurz OBS abgeschmiert. Ja? 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 Meine Fresse... ...fr3.ts... Ja? 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 Okay, wir bleiben jetzt einfach auf den... Ähm... Ja, da komm ich ja eh nicht drauf. Ja, deswegen... Wo? Schreib mal Yoshi in Idefix. Ich hab Lust auf ein bisschen Lucky Block. Ah, der... Die Seite ist schon wieder da, aber... Mein TS-Bug noch... Äh, mein Server-Bug noch rum. Aha... Kommst du auf diesen MLGPP sauber dann? Ähm... Wie heißt? MLGPP.de... Wie schreibt man das? Ah, ich hab nur ein V hinten dran gesetzt, dass wir sehen. Okay, Sparte... So, hey, wir spielen die Zuschauer. Ah, du bist mit Dani da. Hättest du doch gleich sagen. Ah, halt, halt, halt. Nein, das will ich gar nicht. Ja, komm. Wie an die Zuschauer... Wie... 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 Ja... Jetzt zocken wir das hier... Nur wir zwei? Ja, du musst den Eisblock rechnen, wir gegeneinander. Und dann... Ist egal, wir sind... Wie... 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 Gibt's hier verschiedene oder nur die einen? Nur die einen. Oh Gott. Ich hab Schweine. Ich hab'n Bob. Oh, ein Rainbow Jump. Aus den Rainbow Jams kannst du dir das craften. Was denn? Eine Russi. Ne... Ah, Leute, ich hab'n Amboss. Sind Safe Gears normale? Äh... Ne... Das ist ähm... Ohne das Pack ist das Netter Star. Okay. Oh, ja, wow. Ich lass' äh... Poliert mir die Sachen, wenn man stirbt. Nö. Gut. Jetzt weißt du's. Na... Jetzt ist mein Helm fast down. Natürlich. Wie... Ja, gut. Hälfte Diability. Ich hab'n Hälfte Diability. Ja, ich hab'n Helm angezogen. schon. Also ich hab'n zum Beispiel einen Hälfte Diability. DER ASSASSINER. Nein. Hab'n. DER ASSASSINER. Was ist das für einer? Die hat einer noch mal ein Herz. Ne, hol' ich mir jetzt. in Hoffnung die Sachen zu kriegen. Höh! Abstauben, 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 abstauben. Oder an die Lava. Abstauben oder Lava. Abstauben. Lava. Abstauben... Fuck. Shit. Shit, was hat er dir gedroppt? Ja, die OP-Rüstung. Wow. Oh, yes, Leute! Ja, Widder. Luke, schau mal, ich hab ein Rainbow-Sword. Bitte machst du. Was? Machst du da? Er hat geschrieben, danke für die Rüstung. Ja, komm da drauf. Oh, ne Angeln. Geht dir? Oh, ja. Was handelt er? Ah, die Müllrüstung. Ich bekomme nur Scheiße raus. Ich hab drei Mal, ich hab jetzt zwei Beacons. Was bringt Beacons? Nichts. Guck mal, ich hab ein Rainbow-Sword, wie geil das aussieht. Nein. Guck mal, mein Rainbow-Sword. Oh, mein Herr. Oh, yes, eine Hose. Der Monster. Geile Hose. Ich bin nicht gestorben. Leute, 16 OP Rainbow-Gems. Und zwei Mal ein Sharp-Fünf. Warum bekommt der sogar ein... Schutz-10-Helm, den kann ich mehr reparieren. Das werd ich machen. Ups. Ja, gut, war klar. Ähm. Warum? Ich hab nur Scheiße. Oh, ich hab zwei Malen Schutz-10-Helm. Ha-ha-ha! Meine... Du Scheiße! 28, yes. Mika, tret' ich nicht um. Ha-ha! Wehe, das Teil kommt jetzt an, Alter. Kann man mit Beacons irgendwas traden? Nö. Glaub nicht. Ich hab nämlich zwei Stück. Ich mach mir grad die beste Rüstung. Luke, war ich so... Nee. Kriegst du nicht. Oh, Junge, verpisst. Ich glaub, meine Rüstung geht schon drüster. Wo bist du, Luke? Ja, ich weiß. Ich hab Schnelligkeit-Zahl, Stärke-Zahl und es ist zweitlich die Rüstung. Guck mal, eine Rüstung. Vollopädis, die OP-Rüstung mit den Champs. Nein, wasser, wasser, wasser. Wo ist er? Du hättest die Luke, hier müssen sie hätten um Infinity Champs gedroppt. Auf welchen PS war sie. Ich hör sie nicht. Also, ihr müsst euch vorstellen, der redet grad mit Issy. Ja, aber... Nein, hallo, du bist nicht zu hören. Er hat nicht gemütet. Ich hab mir noch einen Schutzhelm repariert, Leute. Und ich werd mir gucken, dass ich noch die... Kann ich damit die Rüstung wieder reparieren? Die hat... Na, die Rainbow-Rüstung ist mega. Nein. Nein, mein Rainbow-Schwert ist ja... Ey, Mann. Ich war mir noch lieber an dir ein Schwert, als es sagt, weil es ist schon jetzt kaputt. Wie macht man ein Rainbow-Schwert? Äh, geht nicht. Muss den dir machen. Ich hab keine vier. Dann gebe ich dir... Fähre es weiter in Schab, vier. Nee, ich hab schon vier, Schluss. Ich könnte den Schab, fünf geben. Ja, gibt, gibt, ich hab nur normales Bier. Hallo. Nein, ich hab das also auch... Nee, liegt da. Hallo, hier ist die Un-Ki-Honey. Es ist Team Rocket. Ja, ich hab auch mal falsch ein... Ah! Das ist weg. Ich hab kein... Das ist weg. Das ist weg. Ein Fehler, ein Trick ist es. Ein Kaninertik kann auch kein Zeug. Ich weiß nicht, wie es seid ihr. Ich hab zwar fünf Flug. Ja, falls ja. Ja. Wenn wir fair sein, Leute. Eigentlich hätte ich... Weil ich mal meine Küche bei Mika. Ey, was spielt ihr Mika? Lucky Block. ich hab keine sache. Auf Randy? Nein. Auf Sam Ramcham? Ja, was? Was? Luke, ich will mal fair sein. Komm mal her. Ach nee, weil du bist echt süß. Wir gehen danach weiter mit dem nächsten Server. Ja, okay, komm. Ich will fair sein. Ich gebe dir mal, dass ich mit Beispiele habe. E-M-L-G. Ja, das ringt ja eh nichts mehr, weil wir danach gehen wir ja auf Randy. Ich bin nicht so groß. Leute, das ringt mir hier hin. Hier, easy. Ey, das ist mega krass. Stärke. Resisten. Das erste Wort. Luke, hast du P-Äpfel? Sei mal ehrlich. Hast du P-Äpfel? Wie du schwitzst. Wollen wir eine Wette machen, dass ich dich One-Hitte? Mit dem... Zusammen mit dem Maus-Test. Ja, easy. Ich hab den One-Hit-One-Doo. Hä? Wie? Bei mir war das nicht sein Hähm. Glaub ich. Oder irgendwas von dir ist grad down. Ja. Adios, ist der Helft von Nett oder Tod. Als ob du so spielst. Gott, Junge. Nimm mich? Alter, Alter, Alter. Oh Gott. Ich boxe ihn da runter. Nein, spielst du nicht mit dem Maus-Pad, du Lara? Ja. Nein. Die mit dem Maus-Pad spielen. Shit. Ich hab ihn da... Junge, dieses Schwert ist so gigantisch in meiner Fresse die ganze Zeit, da ich damit kaum hitten kann. Ja, wahrscheinlich. Ich nehm doch lieber das Tier Schwert. Ich kann ihn damit besser hitten. Oh, ups. Falsche Hotbar. Okay, jetzt mit Abschluss mit Rainbow. Ich leg mal das Rainbow auf die Hotbar. Ah, das macht weniger als Damage nicht. Ich nehm das Rainbow. Ja. Okay, ich nehm das Rainbow. Alles klar, Luke hat auch ein Geist-Likofon. Ja, Luke muss grad rein schwitzen. Sorry. Das ist wenn er klickt, die sagt. Nein, warum hab ich ihn noch nicht hitten können? Ja, wahrscheinlich. Hä? Warum hast du geläftet, Luke? Ich geh jetzt auf Randy und sie. Mann, es wär noch ein Fight gewesen. Ja, grad deswegen. Na gut. Er hat unten ein toller... Äh, ich hab... Das ist ja nicht normal. Dann sehr froh. Gleich. Wo ist Randy? Na, okay. Wir gehen nicht auf Randy. Ja, dann... Gorma. 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 Hi, Leute. Was? Dann lass uns Sky Wars. Ich bin dabei. Warum denn Mika? Oder Mika? Ich und Mika spielen Sky Wars und ihr bald spielt Kors. Na, ein zu zweites Kors, du. Biet ich lieber Sky Wars mit. Ja, lad mal ein. Wer lädt einen, ja dann lass mal, oder? Ach, ich kann. Mika kommt schon noch rein, wir will Party. Na, ich bin online. Was wollt ihr spielen? Sky Wars. Ich muss eh bald... Ich muss eh bald... Ich muss eh bald auf, Leute. Ja, sag jetzt. Wurde ich reingehen. Sky Wars. Ich muss gleich auf, Mann. Ich geh gleich zu dem Kumpel, wir müssen eine Präsentation noch machen. Ja. Viel Spaß, ihr Lüg. Ich geh ja dann auch gleich. Muss noch vielleicht Hausaufgaben machen. Muss vielleicht noch Hausaufgaben machen. Ah, ne, nicht Hausaufgaben, ich muss Englisch lernen. Wir schreien mal am Freitag einen Grammatik-Test. Ich geh abfüllen. Hm, Grammatik? Ja, Grammatik! Oh, ich erinnere mal den Kumpel an. Fällt dir das jetzt erst ein? Rein jetzt zu Sky Wars. Ähm... Oh, es sind ja zwei Leute. Äh, ich nehme... Assassina. Ich habe ja kein Pyro. Irgendwie. Mit wem bin ich im Team? Mit uns. Was hast du für ein Laptop? Von Acer? Ja, was steht denn da drauf? Acer? Was für ne Marke? Ey, kann ich auch nochmal ne Kiste haben, alter? Ihr scheißgeier. Haha! Ich hab eine Kiste. Ich hab alle fünf oder so. Ich hab zwei. Äh, Luke hat 50.000. Ich hab jetzt glaube ich bei dem Viertel. Oh! Ne, ich hab der Streit gerüchtet. Warte, ich glaube, ich kenne hier noch eine. Warte! Ja, ich hab noch eine gefunden. Racket kriegt nichts. Ich hab noch ein bisschen tiefer. Hat jemand von euch ne Enderparleer? Ja, ich. Ich spiel mit? Was? Hä, du spielst nicht mit? Nein, du bist nicht in der Runde. Nein, du bist nicht in der Runde. Nein, ich sehe es doch. Hat wer ein Dier für mich? Ja, Leute. Ich bin gerade drüben und können mir gerade die 10. Kiste. was wo ist der scheiße rüber zum pisser ein mieter das hat noch mit dem stammt kommt schätzt ja hey wir können es werden ganz ehrlich was 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 das kriegt jedoch ich werde an die ich brauche eine hose ich hab die die jetzt bin ich wohl hier unsere seien keine zuschauer was hat drei gute wachs bei mir bei mir sind drei und ich bin bei drei zuschauer doch drei ich komme nicht raus doch gekommen da ist ein zugegner hinter dem schlau hashtag plommer einmal hashtag plommer drei du bist auch so dumm wo seid ihr denn ich habe eine autofahrt wo seid ihr hin nein wo seid ihr ich hab keine neunze darf man ja als hälfte weil wir hier und hier wir kommen lassen was sei der doch nicht für die erste das heißt ja ich habe schweiglöcke wir können schweiglöcke mit schweiglöcke traut sich nein ich habe für dich hosen um 14 20 musik aus dem buch muss ja doch noch einer weil wir schweiglöcke mit rocke darauf mit der scheiß ich 15 20 halt 15 ich gehe jetzt ganz ehrlich wo geht ne in dem scheiß haus hier hoch ich habe ihn gerade gewährt halt es zum maul und so tf scheiß server ist nicht hier unten ist ein verlierer noch ne einer perle wo bist du denn drop oh lol hinter warte nein wo da unten was tut hallo es geht schon damals was sag nein ich sag wenn das ist ja ich komme hier los ho wieder aufgehen oh Gott hast du die ganz kurz konzentrieren und Leute gibt geil wie sich das anhört lolle geil wir sind real ernst dann 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 ich sie als ich gehe nicht auf sondern ich mache einfach da auch dann auch habe ich lebe da ich lebe so safe nein nein ich bin down und er wirft und er wirft sich hinterher so ein Lackaffe meine Mumu hoho oh lol ähm ich bin noch nicht da Leute ich werde dir einfach ein paar Sachen hören na ja ich muss die auch nicht Royale kampf machen Royale ey oh 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 Rocket lass Luke nichts geben oh 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 Leute schreibt's in den Chat sollen wir Luke was geben ja nein vielleicht ja in Klammer bitte nein Rocket ja ich tue jetzt das machen was Luke auch immer gemacht hat mit mir auf Nidre Luke ist sicher eingebaut und weiter geht's willst du ihn? ne der ist eingebaut lass den da lass den da ich glaubst du einen abhören ja gib mal einen ab lass mit ne nur wenn du bitte sagst sag einfach gib mir mal einen ab Alter gib mir mal einen ab Alter ja richtig unverschämt das Ding ha 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 ey nur so Luke ist so mega du Idiot ich wollte Luke ganz einbauen ohne dass er rauskommt Luke was ich können nein lass es lass es lass es lass es lass es da muss ein Dings drauf im Block oh den Kopf dem ihm in Gesellschaft leisten um zu bauen hier mehr hier mehr noch ein bisschen Holz und Glas scheiße wie viel fehlt mir noch dass ich äh zurückkomme 29 Trophäen hab ich bekommen nein mir fehlen genau 2 Trophäen Luke Komm mal ingame ich hab nen Kopf das reicht mir ja ha 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 es sei zu kurz lange jo hast du TNT Rocket oh nein du bla bitte sag nicht dass ich TNT hab hast du TNT Rocket ja gib mal ab ne gib mir das ab ja erst ab gehen das TNT wurde von der Lage zu sorry Luke ja oh yes jetzt schnell die kann da raus wir müssen nochmal TNT rein oh Gott oh Gott hast du mir trollt äh Herr Schick troll oh Gott O Gott hab ich noch eine Blöcke bis auf Klaas dann spart er mich runter wir haben ihr was halt doch hm he Leute, lass es doch, Luke Luke, lass es doch mal Ich soll jetzt, ihr habt mich auch getrunken Ja, lass doch jetzt die Kacke, Luke, Alter Ja, zur Dummung zu setzen, ne? Ihr seid jetzt mit Absicht Ja, aha Giftzeiten Das war an Empirche und ich geh direkt drauf Mika, ich wollte gleich einen Empirche und Abgegeben Ich bin tot Baby Cars, Low-4, 40 Warte, hier drin Nein, der ist in der Runde hier Respekt kennt der uns nicht ja der war schon kostet bei wohl immer rausgeläuft ist was so der tat der schadet zu glaube ich ich habe einen zuschauer 3 packt das bei mir rum also bei mir haben wir immer noch einen zuschauer bei mir motherfucking 3 immer noch die jahre leidenschaften haben sie ist der bieter die hälfte hätten die zahlbieter den schönen hälfte 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 mit dem Titel sind und mit dem er will m und er kann sein mit dem in in der kräfte das ab 3 3 3 5 5 5 2 2 4 1 für mich ein cape und was ich sehe die Arnisch ah die Arnisch hab ich die Insta gerade rausgezogen lass Luke ne Kiste lass mal Luke ne Kiste wir müssen den einbauen nein lass es doch hier einbauen nein das ist doch schlecht ne oh Luke hat's erwischt Luke soll mir zuschauen was bin ich Rocket ne schlecht das war haarscharf dafür wird jetzt Luke sterben nein hau auf dann lass es Mika ich rette dich Luke ja ich will dich retten Rocket wollte dich killen ah 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 der bleibt guck dich ich schau doch mal ab ne tschüss Luke ok ok da kommt der ja oh oh Gott oh fuck eine Perle gut was ha ha ich hab das genau gehört ne oh ich hab grad drei Kisten geöffnet warte schön ich kann den Eisen einmal abgeben mal abgeben mir geht zu um zu um zu aber das ist ein eine ho eine gebot sich da oben mal alle hashtag tsunami oh gott ich bin fast tut wir kappen das weg und rennen oh ich kann mit meiner piggy attacken keine wässer waffe was das sieht voll bucky mit dem kopf aus mit dem helm da ist ja meine haare enchanted lol merke ich jetzt zum ersten mal hatte ich brauche noch ein paar schleimlöckchen 13 die reichen die dauernd betont nein du lebst als ob du niemand mitgerissen hast doch nein ich bin runtergesprungen extra für dich und ich sagte wollen ja nein das war ich oder dass die klugspielkurs über uns über uns ist der letzte was richtig verstanden das letzte das klasse ich gehe nach mitte ja ich habe echt am ersten moment habe ich gedacht ich war voll luke easy ten art steht so an der mitte aber gut um derzeit drei zuschauer er war bei mir zu werden einleiten warum zwei piloten m ich bin ich bin ein Krimper jeder der mich abwacht und ich meine es ist scheuer und ich probiere es dir können gut das mache ich dann auch ich würde mich auch mal zu das ist einer aus und so klar aus dem Zeug lang guck mal der Zenskriptek ist der Testdown da ist sie jetzt chill doch mal wir spielen doch jeden Tag Krupp regt sie sich wieder auf dass sie keinen Kurs zocken wenn er da kommt die Städte die Städte was ist was ist gut nicht nichts ich will das aber auch wissen Lukas wird mir geschrieben, dass er mich alle auf Milch geben solltet nein ich rede doch mit Isi gut, Inter-Schutz-Seitz-Indiker, du bist echt dumm, ne? ohhohohoho ich wollte einfach nur das Haus abfucken, weil ich die TNT nie in der Runde benutze ich bin nur 20 Creeper ich hab null Blöcke hast hardware Blöcke für mich? CREEPY TNT ey Luke, ich bin mit dir ok ich bin mit dir gegen Junge, verpisst euch ich schlag euch so hart in die Fresse, ich verbrenne gerade Luke nö, ok, fast tot Luke oh Gott, ihr seid so echt dumm ich steigert an so Alter, ich steigert an so einer Position, wo du mich ins umbringen könntest und ich crafte gerade auf den Gegner auf den Gegner auf den Gegner, auf den Gegner, auf den Gegner oben dann das mal Team das ist ja ganz kurz Team ich hab mir ein paar Supes gemacht, ich hol mir die abhielen da kommt ein Creeper ich bin hier oben safe nein knapp oh Gott fuck fuck, ich bin verstorben oh Gott oh ho ho, der ist block ich bin nochmal weg ja, ich bin hier oben safe, ne hat und glück hat sich keine hat Rocket sich keine ne, der lebt noch wo ist der ah, hier oben hi warum mich rüber da oh Gott oh Gott oh Gott warum mich oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Junge, verpisst deinem Mann logisch, das mit ihm ne, hä Junge, ich bin was tot Hilfe Leute, die wollen mich umrengen Hilfe ah, der ist vor hier einfach versichert ich schüge dich im Arsch, ey ihr seidliche Spaß ich hasse euch moin nein drei vier boah halt's maul überlebe ich das? bitte 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 moin Leute wo ist der? ich geh da nicht runter ich geh da nicht runter ja, ich leg da gutes Zeug jetzt ja ich hab kein Ziel entnehmen ja ich schwöre ich auf kein Ziel entnehmen ich schwöre auf alles ja, der hat noch ah lass es nochmal spielen, du hast voll fun gemacht hallo lass es nochmal zacken ähm ich wollte dem Mika sagen ähm der hat ja gerade im stream eine Anfrage gesendet das ist das Leon was hä, wer ist Leon? ich bin tot ach so und der ist der ist in ja, der ist in Kors der ist du hast mich gestalt ja man der ist Platz 78 im Kors alles klar mhm wie warte TSIP kann ich mir mal die TSIP schicken vielleicht gerade zu voll dafür rocke zieh mal Luca dreimal danke ich bin mir zu spannend ich bin mir also ich schreib mir ist der TS irgendwie äh bitte ist die TS ist grad down hab ich doch schon mal gesagt wartungsarbeit nee ich bin lieber ach so ok jetzt kommt darfst du gar nichts ähh Repo confirm darfst du gar nichts hab ich ja gemacht also bringt sie gar nichts weil das ist nur wegen für Hacker stimmt das klar nein alles da nein kann ich mal wer bitte die IP schicken danke Reporter ich kann's nicht ja ich auch nicht das war eine Runde ich gewinne die runde noch mal dreht traurig bis er gebannt werden ein angst ist so weil ich schiebt auch nicht aber gewünscht mit der grünen fahrten wochen leuchtet mir gehen muss in dem lieder und ich will auch lieder ich habe Liederrechte Test aber das sind nur Liederrechte es geht es geht nach dem Einkauf es geht aber Lieder es geht nach Minecraft kapiert doch nein du musst du dich so aufregen weil irgendwie keine Ahnung so unnötig schon wieder es regt sich doch gerne auf bist du da schon gewöhnt Mika da war ich schon oder wo es los keine Ahnung versuch mich zu killen aber er ist da ein ein oh Gott hohoho der Drickshot war geil ich bin ne full Mika was ich nicht mehr oh Gott ich geh damit in das Abkommen wie ich bin tschüss 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 Alter hattest du auch eine Alter Alter verfiss dich Luke da ist er Rocket oh Rocket fuck Alter was hier gerade abgeht dafür können wir mal ein Abo da lassen ne und gerne ein Like ein Like und ein Abo da lassen wir tacken und schaffen wir es noch vor den Sommerferien in Baden-Württemberg und in den Bundesländern hundert Abonnenten schaffen wir das wer weiß ja wir schaffen das ja 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 wir haben schon was ich seh Rocket oh Gott oh Gott Junge ich auch hol mal die Kisten darunter die hängen mir zu hoch ich komm da nicht dran ich glaub ah iss nur so ich war die ganze Zeit auf zweieinhalb Herzen warum sag ich das eigentlich hol mal ein paar Kartoffeln hoppa 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 ja kann ich mal den Ansatz hinten zum No-Shift hehe haha ok wirklich wie viel die ganze Zeit sind zu drohen ah nein da hatte ich keinen Ansatz ah kein Bleck mehr bist du da oder? ja vielleicht oh ups ne natürlich lebe ich noch ich wollte mich nur auf nem Baum no-Schifft ich hab kein Essen Junge das ist destruierend Ah, hier ist Weizen. Machen wir mal hier einen kurzen Weizen ab. Ich glaube jetzt schnell. Oh Gott. Also, ganz ehrlich, ich bin jetzt auch gegen Luke. Ihr tut mich, ich schuld zurück. Ich habe nichts getrollt. Also, dann kenne ich dich auch nicht. Lass mich doch mal kurz essen kraften. Lass mich doch mal kurz essen kraften. Das ist schon wieder. Du bist so gut. Fickt euch. Wer hat mich gerade gekillt? Ehrenlos. Luke hat den Film gesetzt. Ich habe mir doch extra noch gesagt, dass wir den Film gesetzt haben. Wenn du sagst, packen. Hallo. Schon wieder streamen. Ja, schon wieder. Wir streamen jede Woche, wann ich eigentlich Zeit habe. Das ist so. Hm. Heute hat drei Zuschauer. Wie viele bei dir, Luke? Luke. Ja? Was ist passiert? Ich war auf K. Danke dafür. Ich habe mich mit Waffe untergelassen. Also, ich komme heute aber noch an. Okay. Und ihr? Wer hat geschrieben, ihr kommt heute noch an? Dominik, äh, Schweizer. Domi. Du hast du Dominik, wir streamen jeden Tag. Und wenn ich halt Zeit habe. Fast. So, ich muss jetzt leider gehen. Viel Spaß. Warum? Ja, ich muss. Ich muss noch. Du musst ja jetzt hören, einen Freund oder so. Ich muss mich auch fragen. Was? Also, ich nicht unbedingt, um mit dem Mika mal ein bisschen Chor spielen. Ja. Ich ändere euch noch schnell im Stream. Warum? Hör doch auf mit dem Ändern. Ja, warum? Was heißt das? Skybo-Stream? Nenn es einfach Stream. Fertig. Chilliger. Chilliger Stream. Ähm, was für ein Tag ist heute Mittwoch? Und nur so eine Frechheit. Ich habe jetzt den Stream wiederholung anguckt. Du hast mich falsch geschrieben. Ne, Luke. Hä, was? Du hast das Playgirls geschrieben. Beim Streamer. Ist das falsch? Ja, klein. So. Danke. Du, ich bin jetzt weg. Na, bis später. Ciao. 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 Mika, ja? nein willst du ne Runde gehen? ja wir haben noch Luke ne das ringt nicht, sie haben noch Luke als auf Color Lefte lieber ich bin nicht mehr das irgendwas spielen irgendwas soll ich Zufall machen ihr sagt stopp ja? sag stopp stopp was ist nein was wollen nochmal ne warte warte ich mach das dann kannst du mir auch glauben ich glaub dir nicht sag du jetzt stopp nein mach du ich hör sie nicht ich vertraue dir irgendwie nicht aber stopp was zocken wir ich werde nicht wählen oh 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 okay 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 nochmal sag stopp Mika achso hä? äh stopp was ist das? keine Aura keine Aura ja lass zocken äh au ne ich fand kein Aura was dann? dieser Stick? survival game wegen nem Erdblock dachte ich ja dann lass halt zocken da ist da ist da bleibt ich spiel's einfach aus da weil nein das war nicht voll ich Mika ich hoffe dass der Eisdruck nicht wieder vorbei fährt rennst du dann wieder? das war am ersten Tag oder glaube ich als ich mit euch gespielt habe oder? am zweiten der ist weggefahren ey so eine ich winke noch was macht er? er winkt zurück und fett vorbei i alter ist die Bälle ist da ist die Bälle ist in der Runde rocken siehst du meine Flügel team blau alle alle team blau äh oh Gott ich bin blau na gut bis auf Flug oh ey dieser Zell Crypts soll ich ihn auch mal einladen? also ja kann ich ihm wieder IP schicken? weil ich hab den nicht schreibt mir die IP oh es ist nimm sein scheiß ernst der L ist gelieft danke doch der ist nicht gelieftet dann schreibt mal dass er Freeze machen muss Junge ihr sollt sich mal gedulden oh geil mhm dann hat's dann runter geflogen er schreibt mal dieser Zell Crypts killt alle was? ich hab Chatbam er hat mich gekillt man alter dachten doch mal ich hab Chatbam da auch sieh du hast nun mal als kein ja dann kick ich ihn jetzt aus der Party ich die Bau ab dann wer ist denn Mika Bau ab? also ich ich bin hin das ist tot fuck er hat mich getroffen und tot hab ich überhaupt noch Chatbam ah ne ich hab keinen Chatbam mehr hab ich überhaupt noch Chatbam dann haben die jetzt really von uns ne haben sie nicht gut sie hat abgebaut Ah, Mika ist gestorben. Ich glaube nur. Mika, wer mich mit dem Bogen runter hat? Nein, Mika! Was? Was? Jetzt bin ich auch noch tot. Könnt ihr das lesen? Nö. Ey, warum kannst du denn in der Party schreiben, wo du Chatbarn hast, Mika? Ich habe keinen Chatbarn mehr. Gestern war der letzte Tag oder vor ein paar Stunden. Hallo. Anni, warte, das war auf Darn, das ist ja gar nicht, wo ich Chatbarn habe. Ich hätte die ganze Zeit beschreiben können, mich dumm. Hast du Dani Chatbarn gemacht? Nein, Dani hat schon längst Chatbarn gehabt. Der ist fast fertig. Lebt noch einer unter mir? Sagst du das doch gerade, Mika, hä? Was? Doch. Warum? Mika? Ja? Wie süß, aber... Mika, du sollst ihm sagen, dass er Freeze machen soll. Habe ich schon gemacht? Haben wir jetzt den... Den... Ah, ein Full-Diabot ab. Richtig unlogisch. Wow, okay. Ah, der hat, ähm, Boost gehabt. Hast du den wirklich aus der Party gekickt? Nein. Hä, der ist nicht dran. Der ist nicht auf TS. Das ist nicht auf TS. Jetzt. Ach so, ist ihr war nicht dran. Sag, Mika, sag mal, dass Gina auf dem Rot gehen soll, bitte. Hä, warum? Ja, weil, Izzy. Sie wird kickt jetzt? Hä? Ja. Ich gehe auf dem Clan, wenn ihr mir jetzt sagt, auf welchem PS ihr seid. Dann sagt einem, schreib ich doch beim Geh doch halt, Alter. Mit ihm falsch. Ganz ehrlich. Ich sag, warte kurz. Ganz... Ich kick ihn, oder? Nein, ich kick ihn nicht. Wenn er geht, so... Nein, du kannst ihn nicht kriegen. Ach so, aus der Party. Nur lass doch. Ach so, ich warte immer noch. Was schreibt der denn? Ja, ja, mach mal. Oh, hops. Oh! Ja, du musst weggehen. Hallo, der kann sich abschließen. Ja, ja, ja. Hm, hm, hm. Spaß. Äh. Ja. Izzy, wenn du das machst, ich krieg dich aus der Party. Du bist gar nicht in der Party. Nein, dann lade ich dich auch gar nicht ein. Ja, wie du einfach gehst. Wie geil. Och, really, unsere Cork ist beide down. Ist halt geil. Ja. Ja. Weil, nur weil ich den scheiß Spasten, den der es abgeschicken muss. Ich mach dem gleich erstmal ne fette Ansage. Dann geh ich halt, wenn ihr mich nicht in der... Ey, als ob, du hast mich jetzt rausge... Woraus denn? Du hast mich gerade rausgezogen und jetzt war mein Text nicht mehr drin. Äh. Ich hab ihn mal. Habt ihr Mika so geschrieben? Ich hab ihm die IP geschrieben. Ja. 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 Ja.